Hi Leute, ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video über Last Epoch. Und in diesem Video möchte ich euch einen Überblick geben, wie es dem Spiel momentan geht, seit dem Release, aber auch ein Update geben, denn es gab jetzt zur Mitte der Woche eine Aussicht auf den Patch 1.1, weitere Inhalte und so weiter und so fort. Deshalb heute mal einen Überblick, was geht bei Last Epoch momentan ab. Da schauen wir dann erst einmal auf Steam. Was ist da los? Größtenteils positiv 72%, fast 60.000 Bewertungen ausgeglichen, ist es aktuell bei 64%. Also insgesamt ist es noch größtenteils positiv, die neuesten oder neueren Bewertungen eher ausgeglichen. Und man kann auch sehr schnell sich herleiten, woher das wahrscheinlich kommt. Es kommt nämlich aufgrund der Serverprobleme natürlich zustande. Last Epoch ist hier eigentlich sehr gut platziert, wie ihr seht, bei Most Played Games momentan auf Platz 7. Also Power Vault ist nicht weit weg. Und Helldivers mit Sicherheit auch nicht. Deshalb eigentlich eine saugute Sache für Last Epoch. Und wir gucken einfach mal kurz weiter, was sich hier sonst noch so ergeben hat. Momentan 150.000 Leute in Game, bei mir ist aber gerade halb zwei mittags und trotzdessen 150.000 Leute am Start. All-Time-Peak, da haben wir hier 264.000 Spieler. Also wirklich ein gigantischer Erfolg für dieses Game mit diesem Hintergrund, dieser Entwicklungszeit und einfach wie das ganze Projekt gestartet ist, wie es angefangen hat, wie es anfangs aussah und wie es jetzt ist und wie es sich entwickelt hat. Einfach finde ich phänomenal und freue ich mich natürlich auch sehr, dass so ein Projekt das so weit geschafft hat. Wir gehen deshalb auch mal kurz direkt ins Forum zu Last Epoch. Und hier gibt es nämlich das Mid-Week Update, bevor wir dann nachher noch kurz auf Metacritic zu sprechen kommen. Also hier startet der Post zur Wochenmitte mal vom Browser übersetzt mit Wir sind absolut überwältigt von der Beteiligung und der Resonanz auf das Spiel. Am Wochenende gleichzeitig 265.000 Spiele gleichzeitig online. Die Nummer 39 höchste gleichzeitig Benutzerzahl, die jemals auf Steam verzeichnet wurde. Also sie feiern sehr. Das ist doch schön, dass sie sich freuen. Und wir gehen hier mal kurz drauf ein, dass sie noch betonen, es wird weitere Patches geben. Ich finde es sehr gut, wie sie es gehandelt haben, trotz der Serverprobleme. Die Community immer auf dem Laufenden gehalten haben, auch auf Twitter, im Discord mit Posts, mit Bildern, was sie gerade machen, was sie gerade versuchen. Und so die Community einfach up to date gehalten haben, dass sie daran arbeiten und wirklich hinterher sind, dass die Server ins Laufen kommen. Und es wurde ja dann auch Gott sei Dank besser mit der Zeit. Und ich habe dann irgendwann auch wirklich wenig Probleme gehabt. Auch mitten im Stream war es viel, viel besser. Jetzt gucken wir einfach mal kurz. Hier wurde noch was gesagt. Hat einfach, dass sie mehr auf die Performance schauen vom Server, dass sie daran weiter arbeiten wollen, dass es weiter stabil ist, die Zonenwechsel halt einfach geschmeidiger sind. Ja, hier seht ihr einfach viele Anmerkungen dazu. Ich werde euch das wahrscheinlich auch unten in der Videobeschreibung verlinken, dass sie weiter an der Lokalisierung arbeiten, dass sie hier Qualitätssicherung, Qualitätskorrekturen für alle Sprachen, Menüs, Zusitzungen und UI-Fehler und so weiter. Alles, was da gemeldet wurde, werden sie angehen. Und jetzt kommt das Interessante, nämlich zukünftiger Inhalt. Wir freuen uns mit euch, die zukünftigen Inhaltspläne für Last Epoch zu teilen. Des nächsten großen Cycle-Patches 1.1 besteht insbesondere aus zwei Teilen. Der erste wichtigste Teil besteht darin, sich auf das Feedback der Spieler zu konzentrieren und sich Zeit zu nehmen, um darauf zu reagieren. Wir haben uns voll und ganz dem Ziel verschrieben, das beste ARPG des Genres zu entwickeln. Und das Zuhören unserer großen Community spielt dabei eine große Rolle. Auf jeden Fall finde ich einen guten Ansatz, also Federbehebung, Lebensqualität, also Quality of Life Changes und so weiter. Zweitens werden wir, wie ihr vielleicht alle wisst, nach der Öffentlichung von 1.0 einen großen Schwerpunkt auf die Erweiterung der Endspielinhalte legen. Für zukünftige Patches haben wir Pläne, den Monolithen zu erweitern, großartig neue Itemisierungsoptionen einzuführen, weitere Bossinhalte, Klassen- und Balance-Updates, Kampagneninhalte und so weiter hinzuzufügen. Also hier sehen wir schon, dass weiteres auf dem Programm steht bald mit dem 1.1. Werden wir uns darauf konzentrieren, einige Höhepunkt-Inhalte zu bringen oder sehr harte Kämpfe, die euch Herausforderungen bieten. Und wir werden in nicht allzu ferner Zukunft mehr darüber und mehr darüber mitteilen, was in 1.1 kommen wird. Erwähnenswert, dass die 11th Hour Games einen starken Fokus darauf legt, der Community zuzuhören. Also sie betonen einfach nochmal, wie wichtig euer Feedback ist, was das Game angeht. Und dass sie sich auf jeden Fall in naher Zukunft darum kümmern werden, hier mehr einzubauen, was ihr euch wünscht. Und deswegen betonen sie auch nochmal die Foren hier und natürlich auch den Reddit, wo ihr auch ebenfalls euer Feedback geben könnt. Großes Lob für das Spiel selbst erlitten die Bewertungen und die Stimmung auf Steam aufgrund der anfänglichen Turbulenzen. Ja, ein schwerer Einbruch. Das haben wir uns ja gerade angesehen vorhin bei Steam, wie es da momentan aussieht. Sie versuchen das Vertrauen zurückzugewinnen, die Backend-Infrastruktur zu verbessern und ein großartiges Online-Spielerlebnis zu bieten. Und ja, so sieht es aus. Gamepad-Unterstützung, die wir für 1.0 bereitgestellt haben. Und für 1.1 werden noch viele Updates folgen, die das Erlebnis noch weiter verbessern werden. Also sie werden hier auch weiterhin daran arbeiten, dass es besser wird mit der Gamepad-Steuerung. Wenn Sie jetzt hier gerade die Bewertungen erwähnt haben, gehen wir nochmal kurz bei Metacritic rum. Und hier sehen wir, dass wir momentan immer noch im grünen Bereich liegen mit 76 Punkten, was die Presse sagt. Was die User sagen, sind wir momentan so im Mittelfeld bei 5.3 Bewertungen im Schnitt. Und ja, vieles geht halt einfach auf die Server-Performance-Probleme vom Start zurück. Ja, aber das muss nichts heißen, wie ihr seht. Wir haben es ja uns gerade angeguckt bei Steam, über 260.000 aktive Spieler. Das ist geil. Auf YouTube geht es ab. Viele haben sich darauf vorbereitet, auch Content-Creator darauf vorbereitet. Hauen Geiz raus, dass die Heide kracht. Und jetzt geht es halt einfach weiter, denke ich mal. Und ich könnte gut davon ausgehen, dass das Spiel jetzt einfach positive weitere Schritte nimmt nach diesem holprigen Start. Passiert ja nicht alle Tage so ein Release. Und dass sich dann auch hier diese Wertung bessern wird und das Spiel auf einen guten Weg geschickt wird. Einfach, dass insgesamt was Schönes rauskommt. Die Presse steht eigentlich ziemlich gut dahinter, wie ihr seht. Ist wohlwollend gesinnt. Und das ist ja ein wichtiger Faktor, wie wir in der letzten Zeit gelernt haben bei bestimmten Games. Und dass die Community nicht ganz verkrault ist, hat auch Gutes zu bedeuten. Allgemein die Spielerzahlen sind für das Game gerade momentan gut. 1.1 Update. Sind wir gespannt drauf, was sie da noch bringen werden. Endgame auszubauen ist, denke ich mal, auf jeden Fall eine gute Idee. Und ja, lasst mich gerne eure Meinung wissen. Habt ihr schon was Neues entdeckt, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, ausgraben konnte, was die News angeht? Postet es gerne unten in die Kommentare rein. Danke fürs Einschalten. Und dann vielleicht bis zu einem nächsten Video oder bei Twitch im Stream. Macht's gut, Leute. Und ciao. SHOT SHOT Bis zum nächsten Mal.